Hey, herzlich willkommen auf Adlers & Pictures. Ich weiß nicht, wie du auf diesen Kanal gekommen bist, aber du wirst es definitiv nicht bereuen. Hier wirst du skurril und einfach anders unterhalten. Klar Sachen. Acht eh. Also, ich bin der Max. Ich bin 18 Jahre alt, wohne in Sachsen, Dresden. Ich mache eine Ausbildung zum Verkäufer und verwende meine wenige Freizeit fürs McFit, Nuttenbumsen und Videos, wie ihr sie gerade seht. Ihr seid alle meine geliebten Brüder. Wenn du noch kein Bruder bist, dann abonniere mich und sei ein Bruder. Mich zu abonnieren lohnt sich auf jeden Fall, denn es ist kostenlos. Es gibt hier Telefonstreiche, skurrile Unterhaltung, jeder Art und Tipps fürs Leben. Musik soll es auch etwas mehr geben in Zukunft und ja. Sei ein wahrer Ehrenmann und schau auch in meine sozialen Netzwerke und anderen YouTube-Kanäle rein. Links sind immer in der Videobeschreibung. Checkt natürlich auch meine Empfehlungen auf Amazon, denn wenn ihr über meine Amazon-Links einkauft, könnt ihr mich unterstützen, ohne mehr zu bezahlen. So, das war's. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Impressionen hier von dem Ganzen. Gebt mir einfach ein Abo. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020